So, ich habe jetzt mein Dad gerufen und er wird jetzt darauf reagieren. Okay, Papa, du kannst die Augen aufmachen. Beide Gesicht sieht so gleich aus, ne? Hält die Geist auf. Oder nicht? Guck mal genau hin. Guck. Ich kann gar nicht mehr sehen. Das mag ich nicht. Mensch, natürlich ist es aber am besten. Ne, das ist wirklich nicht gut. Mindestens dein Gesicht schöner wie meine. Das sieht so wie kriminell aus. Was? Kriminell. Ah. Ich möchte dich nicht so machen. Ich habe es aus S gemacht. Nicht gut.